Moinsen ihr Füchse und Füchseinnen da draußen, ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Ratchet & Clank Rift Apart. Im letzten Part haben wir tatsächlich die Fabrik von Nefarius Apart geriftet, auf der Suche nach dem Infobord. Ich muss jetzt erstmal einen schönen Schluck Kaffee trinken und dann geht das weiter, würde ich sagen, ne? So, let's go. Ich bleibe ja weiterhin dabei, ich muss einfach nochmal erwähnen, falls das noch nicht ganz klar geworden ist, dass das Spiel einfach nur kaputt, krank geil aussieht, also wirklich... Ah, okay, schauen wir mal. Also, Sammelobjekte. Wer sieht Ratchet's Schlüssel mit einem Design? Rebell? Kann ich denn sehen, welches was ist? Ich würde gerne sehen, welches was ist. Rebell? Ist rot. Okay. Rüstungskapseln. Du hast eine Rüstungskapsel gefunden. Diese verleiht dir einen dauerhaften Schub, egal ob du sie ausrüstest oder nicht. Sammle mehr, indem du Dimensionsfalten abschließt, Planeten erkundest oder optionale Inhalte abschließt. Ah, guck mal, wir können uns auch noch ausrüsten. Ah, Aussehen anpassen. Ändere dein Aussehen, indem du X drückst, um Rüstung anzulegen. Mit Viereck änderst du die Farbe der angelegten Rüstung. Ist ja witzig. Es gibt verschiedene... Oh. Oh, was ist das? Okay. Rebell sieht nice aus. Dann haben wir hier den Androiden. Imperial. Und Plünderer. Also Rebell sieht schon nice aus. Dann noch eine andere Farbe. Irgendwas Blaufuchsartiges vielleicht so. Das sieht sehr Blaufuchsmäßig aus. I like. Sehr schön. Ne, das passt so. Schuhe. Man kann ja auch mix und matchen, ne? Bzw. Schuhe und Hose, ne? Aber lassen wir doch die. Das passt. Gibt es auch noch andere Farben? Ja, geil. Okay, er sieht ziemlich cool aus. Bei Kopf weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich habe das Gefühl, das verdeckt mir ein bisschen zu sehr seinen flauschigen Kopf. Ja, sieht man ja, ne? Ich möchte seinen flauschigen Kopf ja weiterhin sehen. Können wir trotzdem... Okay, das würde gehen. Die Rebellenkappe sieht eigentlich ganz lustig aus. Das juckt auch nicht so sehr. Ja, das geht. Die geht, würde ich sagen. Alle anderen verdecken mir dann doch zu sehr sein Gesicht. Aber das Rebellending sieht ja ganz witzig aus eigentlich. Ist auch noch andere Farben? Blau. Ja, sieht doch ganz knuffig aus. Lassen wir doch erstmal. Unser Rebellens... Ähm... Lombax. Okay, ich gucke mal weiter. Also Rüstung haben wir gechillert. Einmal alles angucken, dass wir alles gesehen haben. Da war noch Stiefel. Warte, hier. Okay. Dann Sammelobjekte. Jetzt ist es gelb. Das ist halt bescheuert, dass man da nicht dran sieht, was jetzt was ist, ne? Höldland ist gelb. Kaugummi wird wahrscheinlich lila sein. Gold. Standard. Was ist Standard? Ist Standard blau? Standard ist schon blau. Lassen wir so. Okay. Dann geht's mal runter weiter. Was steht als nächstes auf Agenda? Ich gucke mal wieder auf die Karte. Wir haben jetzt noch die Aufgabe, dass wir uns zu Nefarius begeben. Und hier ist noch ein... Einer von denen. Den holen wir auch noch eben. Ein so ein goldener... Fein. Optimales Kauferlebnis. Sehr gut. Wie kommen wir denn da mal hin? Sagen wir müssen da irgendwie runter? Dann schauen wir mal. Da oben ist er. Wir müssen da irgendwie hinaufkommen. Moin. Alles gut bei euch hier hinten? Hier wird ein bisschen Fernsehen geguckt. Im Krieg mit dem Widerstand. Irgendwie da hoch. Wir gucken mal eben auf die Map. Es gibt nicht wirklich einen anderen Weg da hoch. Das heißt, wir müssen... Irgendwie müssen wir da hochkommen. Mal sehen. Was gibt es hier so für Möglichkeiten? Vielleicht kann man gleiten. Vielleicht kann man gleiten. Oder so. Komme ich hier eigentlich durch? Mit diesem... Ja. Okay. Waren wir hier schon mal? Ja. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, wie wir hinkommen sollen. Es wird wohl erstmal ein Mysterium bleiben. Aber wir sammeln auf jeden Fall alles Zeug ein. Kann ja noch mal wieder wegstracken. Aber jetzt aktuell wüsste ich wirklich nicht, wie wir da hochkommen sollen. Ich sehe keinen Rift, kein Nix. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zur... Oh, was ist das? Ah, hier waren wir aber schon, ne? Den hatten wir schon gemacht, ja. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir hochkommen sollen. Vielleicht muss man, wenn man mit dieser Bahn fährt, abspringen. Ja, das könnte klappen. Wenn ich mit der Bahn fahre und da abspringe... Das könnte klappen. Wollen wir das eben kurz checken? Das funktioniert. Dann müssen wir nochmal hoch ins Spa. Ich glaube, das war... Gibt es irgendwie Schnellreise oder so? Ne. Komm, wir versuchen nochmal unser Glück. Das machen wir jetzt noch. Und danach geht es aber ab auf den nächsten Planeten. Ich will ja jetzt auch eigentlich mal... Ähm... Unseren guten Clank wieder haben, ne? Respawn Gegner eigentlich? Oder ist jetzt hier alles chillig? Gegner scheint zumindest nicht, wenn man den Planeten nicht verlässt. Scheinen die nicht zu respawnen. Es bleibt ruhig und chillig. So, dann bin los. Schön nochmal hier durchgelatscht. Schön, schön, schön. Mann, man braucht das gar nicht. Geht auch ohne. Wuhu! Macht auch so noch Spaß. Ich sag' ich, wie es ist, ne? Schockt schon. Zack, hier lang. Hab ich hier noch was vergessen gehabt? Nein. Dann da rüber. Und wieder Fahrstuhl fahren. Wer kennt es nicht? So. Sind fast da. Sind fast da. Hier sind wir ja vorhin auf diesen lustigen Pickweg gegangen. Statt den normalen. Vielleicht können wir da doch noch was finden. Ich bin ja damals, statt hier lang zu gehen, da seitlich hochgesprungen. Wo führt's denn hier lang? Das wäre nämlich der eigentliche Aufweg gewesen. Ach, guck. Da ist noch ein bisschen was zum Kaputthauen immerhin. Wir sind ja den etwas komplizierteren Weg gegangen. Hat auch funktioniert. Und dann sind wir wieder hier. Okay. Und von hier kommen wir wieder da hin. Na? Achso. Hier hält wieder so ein Truck an. Hui! Miss ist doch, komm. Und dann geht's hier nochmal wieder hinauf. Nein. Okay, es geht nicht mehr hinauf. Okay, scheiße gelaufen. Wieso komme ich denn nicht mehr da hoch? Man muss doch irgendein... Ach, da ist das Ding. Alles klar. Ich wollte doch gerade sagen, muss doch gehen. Ich glaube, es war dumm, das zu tun. Aber jetzt probieren wir es auch. Jetzt ziehen wir es auch durch. Und danach geht es zu Statuen und ab ins nächste Level. Energie gesammelt. Gibt es eigentlich im Fahrstuhl irgendwas Geheimsvolles noch? Hier. So, Achtung, los geht's. Mal schauen. Wir müssen nur rechtzeitig den Absprung finden von dieser Railroad Line Dingsbumskirchens da. Und dann sollte das klappen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Weg ist. So, Achtung. Ich muss nur genau gucken, wann. Ich sehe mich schon drauf gehen. Jetzt. Wow. Es geht nicht. Man kann nicht runterspringen. Okay. Geht doch nicht. Egal. Dann heben wir uns das als Mysterium auf. Ihr dürft mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie es geht. Und dann machen wir das. So, ich muss jetzt zu... Begib dich zur Nefarius-Statue. Ist irgendwie gar nicht als Quest auf dem Map, aber das macht nichts. Hier lang. Ich werde eben kurz das Ding wieder deaktivieren, damit er das nicht verfolgt. Let's go. Oh, oh. Da muss, glaube ich, auch sein Bauchding ballern. Oh. 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 What the fuck? Oh. Oh, oh. Oh, nein. Wie geil ist denn das? Mich hältst du nicht auf. Oh, warte. Ich wollte eigentlich mal eben auf den wechseln. Oh, oh. Nicht zu nah ran. Nicht zu nah ran. Wow. Dieses mit den Drifts ist halt so cool, man. Echt jetzt? Ich versuche, dich möglichst schnell zu verdienen. Den haben wir platt. Eben noch die Sandhaie da, die wir mitgenommen haben, noch platt machen. Ich kann nicht Glitch an die Zugangskonsole anschließen. So. 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 Stufe 3. Bevor wir aber Glitch an die Zugangskonsole... Keine Panik, Leute. Ist alles vorbei. Es geht uns gut. Euch geht's auch gut. Es läuft. So. So. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und dann schließen wir mal Glitch an. An diesem Ding da? Äh. Komm schon, Konsole. Komm schon, Konsole. Komm schon, Konsole. Äh. Du bist wohl Glitch. Ich bin Maget. Entschuldige das Geholpere von vorhin. Es läuft nicht gerade besonders gut und... Ich glaube... Du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann. Mh. Okay. Okay. Glitch kann sich an Wänden und Decken entlang bewegen. Das scheint jetzt hier so ein kleines Hacking-Mini-Games zu sein. Wow. Alles klar. Das wird noch lustig. Ach. Das sieht ja witzig aus. Virusnester. Wir müssen Virusnester zerstören. Alter. Du kannst halt wieder... Ich muss es halt wieder beschreiben, weil ihr könnt es ja nicht spüren. Aber du kannst halt wieder jedes einzelne Beinchen, wenn es den Boden berührt, kannst du das spüren am Controller. Und auch das hier natürlich. Kannst du spüren. Das ist so cool. Sind hier etwa Viren? Ja. Oh, ist ja irgendwie... Irgendwie ist sie ja niedlich. Oh nein. Wir haben auch irgendwelche Raketen da am Start. Das scheint ein Virusnest zu sein. L2 Blitzinfektoren, okay. Okay, Glitch, dann lass uns mal weitermachen. Erst noch die Viren platt machen. Die Sperre kommen aus der Kapsel? Nein, 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 nein. Ich muss die Wäsche, bevor ich zahlenmäßig unterlegen bin. Ja, dann. Okay, auch witzig gemacht an sich, ne? Gehen wir mal hier die Wand entlang. Uah. Wenn das in echt mal genau so laufen würde, wa? Dein Windows-Virus mal eben beseitigen mit so einem kleinen lustigen Shooter-Game. Du hast es geschafft, Glitch. Willkommen zurück, einer hochmajestätische Majestät. Und los geht's. Wow. Hochmajestätische Majestät. Alter, man kann es doch übertreiben, ne? Todesfall. Kamerons. Fünf Planetenzersteuerungskanonen. Und ein Überwachungssystem für die gesamte Stadt. Würde nur dieser blöde Dimensionator noch funktionieren. Plank. Huh? Psst. Ha, 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 ha. Uh-oh. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh. Schnapp den! Los! Ich komme, Clank. Oder auch nicht. Nein, 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 nein. Willkommen, oh Meister von uns allen. Passwort bitte. Ha, ha, ha. Wozu ein Passwort? Ich bin der Imperator. Ich kann dich auch einfach vernichten. Ha, 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 ha. Bring mir diesen Lombax! Voice Acting sehr geil. Ich bleibe dabei. Richtig guter Job. So, neuer Planet. Sargasso. Außenposten L51. Wie gut auch der Planet aussieht. Verdammt nochmal. Also, dieser Dimensionator wurde gestohlen von Doktor Nefarius und er brachte dich damit hierher? Jetzt musst du nur noch deinen Freund finden, der auch wundersamerweise ein Lombax ist und die Lage retten. Und heimreisen. Ha, ha, ha. Du musst mich echt für selten dämlich halten. Pass auf. Ich glaube ja, dass es diesen Doktor Nefarius gibt. Aber das hier ist eindeutig das Werk des Imperators. Hilfe! Wir haben gegriffen! Jemand! Mord? Was ist los? Oh je. Gut festhalten! Oh. Pass auf. Was glaubst du, was ich mache? Oh. Wir dürfen sie endlich steuern. Eigentlich in mein Versteck. Aber zuerst muss ich meine Freunde in ihrer Gelatoniumfabrik retten. Guckt euch das an, verdammt nochmal. Das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Ich fahre jetzt mal kreisend langsam drumherum, damit ihr das einmal auf euch wirken lassen könnt, damit der YouTube-Algorithmus das nicht komplett zermeddelt. Aber es ist doch krank. Es ist doch einfach krank, wie das hier aussieht. Und ist sie nicht einfach nur wunderbar, sie hat auch einen viel besseren Tail. Und der Hahn kräht. Wunderbar. Ja, ich habe mich jetzt so sehr gefreut, dass wir dann erst im nächsten Part mit RIVIT loslegen werden. Meine Lieben, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen beiden Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Outro Untertitelung des ZDF, 2020